Die Südpol Show. Von Kindern gemacht, für Kinder gedacht. Hallo aus Berlin, ich bin Viktoria von der Südpol Show. Gerade eben haben wir die Mädchengang von Hanni und Nanni mehr als beste Freunde interviewt. Und jetzt spielen wir ein kleines Spiel, was ich vorbereitet habe. Ja, also ihr müsst dann, ich stelle euch Fragen und ihr schreibt den Namen auf, der zur Antwort passt. Okay, also von uns. Ah, wie cool. Also eigentlich von euch. Ah, okay, wer am ehesten darauf zutrifft. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt frage, wer hat am Set die meisten Lachanfälle bekommen. Ah, okay. Sondern die Schauspielernamen und die Rollenamen. Also jetzt unsere Nachfragen. Die Schauspielernamen am besten. Ja, okay, super. Können wir uns selber nehmen. Ja, klar, ich nehme sowieso nicht. Unsere echten Namen oder? Ja, ja, ja. Also du bist dann Lin-Lin. Okay, gut. Wer hat am Set die meisten Lachanfälle bekommen und auf drei dreht ihr dann um? Ist das mit mehr da so groß? Äh, ja. Wir dürfen mehrere wieder an. Darf ich kurz mal? Ja. Ja. Oh. Alle warten auf mich? Ja. Eins, zwei, drei. Ich wollte eine Mischung aus Genia und Felschreiben. Ich habe dann doch nicht so gepackt. Ich habe mich auch genommen. Auf jeden Fall auf Genia. Also normalerweise nehme ich mich nicht genie, aber das irgendwie, ich habe mir so viel gelacht. Ja. Einfach legst du halt, oder? Ja, genau. Wer hat am Set die meisten... Wer kam am Set zu spät, weil sie verschlafen hat? Äh. Keiner eigentlich, aber wenn jemand... Wenn, dann... Also wir wurden... Wenn es jemand gewesen wäre, wäre er gewesen gewesen. Okay. Ich habe schon einen. Oh. Oh. Mir ist sofort klar, wer es ist. Eins, zwei, drei. Ich habe Genia. Was? Als... Ich komme nicht zu spät. Ja, naja, aber du stehst schon lange. Also stopp. Also lange schlafen und zu spät kommen ist was anderes. Ja, also wenn der Wecker klingelt, dann stehe ich auch irgendwie... Na, okay. Ja, irgendwann auch. Irgendwann da so. Wer hat sich am öftesten versprochen? Müssen die hier in der Runde sitzen? Jein. Oh mein Gott. Ich weiß, wen du meinst. Ja. Also... Ja, nicht unbedingt. Ich weiß es gar nicht. Ich auch nicht. Ich weiß es. Ich weiß es. Mir wurde es erzählt. Ja, mir wurde es auch erzählt. Mir wurde es gar nicht erzählt. Ach so, ich kann nur... Okay, jetzt nur eine. Das? Das? Okay, dann weiß ich. Ja, ich auch. Glaube ich, glaube ich, glaube ich. Aber schreibe nach. Nee, ich weiß nicht. Doch, K. Ich weiß. Mit K oder mit C? Mit C. Oh. Mit C? Okay. Perfekt. Bereit? Ja. Eins, zwei, drei. Lukas. Und zwar, ich und Dini hatten eine Szene mit ihm. Und das war so witzig. Er konnte... Er hat einfach... Er konnte nicht. Er konnte... Er hat einfach nicht geredet. Er hat einfach nicht geredet. Ich war so... Lukas, musst du nicht was sagen? Ich weiß sie nicht mehr. Und er hat so oft versucht, ihn zu sagen. Das war richtig... Das war verflucht. Das war so verflucht. Das war richtig verflucht. Wer hat den meisten Quatsch gemacht? Und jetzt verfragen die nichts mit dem Film zu tun haben. Wer würde sich die Haare am ehesten blau fühlen? Oh mein Gott. Eins, zwei, drei. Maja. Maja und ihr. Ja, okay, Maja. Aber Maja passt einfach so farben. Aber danke. Ich weiß auch nicht. Ich habe die Haare auch so gut aus. Also ich würde das sofort schon freuen. Aber ich würde es auch machen. Also ich würde es nicht machen. Okay, Töne ist okay. Ich hatte meine blaue Strähne. Ah, stimmt. Die wurde dann doch blond. Weil du die Strähne hattest. Ich weiß, das ist deswegen, wo du sie blond gemacht hast. Ja, ich weiß. Wer würde eine Woche nur Süßigkeiten essen? Okay, ich bin dann schon. Obwohl, nee. Eins, zwei, drei. Ah. Ja, also am Set war es immer so, alle haben so ganz am Mittag gegessen. Was ist Genia? Gummibärchen. Und dann so, ich habe jetzt wieder Hunger. Nee, ich esse einfach so viel, es ist, ich komme irgendwie nicht mehr klar. Ich war am Set immer so, es gibt Kekse. Ich war sofort weg. Ja. Kekse? Oh, ja. Oreos. Oh mein Gott. Einmal, das sind wir zum Bett gefahren und fährte so Oreos dabei. Ich war so, hey, ich bekomme da schon ein Oreo ab. Und irgendwann waren gar keine Oreos mehr da. Wer würde drei Tage, wer würde drei Tage auf Internet und Handy verzichten? Oh Gott. Ja, da kenne ich mich. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich weiß ja. Okay. Ich habe keine Ahnung. Warte, warte, warte. Ich habe zwei. Ich habe einen. Ich habe gar keinen. Eins. Warte. Nehmen wir doch irgendjemanden. Okay. Eins, zwei, drei. Ella. Ella, so hart wirklich. Ella. Wir waren alle immer so Handy-Junkies. Wir saßen immer so. Ella war so. La, la, la. Ella, wirst du ein bisschen? Wir gucken gerade ein bisschen YouTube. Oh mein Gott, ich spiele ein bisschen. Spiele ein bisschen, ja. Danke fürs Mitmachen. Danke. Danke. Danke.